Hallo und recht herzlich willkommen liebe Skyrim-Freunde. Mein Name ist Sirius und heute stelle ich euch kurz drei Rüstungen vor, die ich in der Skyrim Special Edition für meine aktuelle Begleiterin Lydia einsetze. Die Spielszenen, die wir jetzt hier sehen, stammen eben vom PC und herunterladen kann man diese Rüstungen auf Nexus-Mods. Ich hoffe, die Verlinkungen finden sich dazu noch in meiner Videobeschreibung. Als erstes, was wir hier sehen in dunkel mit weißem Hemd, sollte euch vielleicht bekannt vorkommen, denn das ist das Ciri-Outfit aus Witcher 3, allerdings in einer dunkleren Variante. Momentan eigentlich mein Lieblings-Outfit für meine Begleiterin. Das Schöne daran ist, dass es auch noch mit einem Schwert daherkommt, beziehungsweise es kommt mit zwei Schwertern daher. Es kommt quasi mit dem kleinen und dem großen Ciri-Schwert und auch diese ganz netten Details wie der Wolfsanhänger, den sie um den Hals trägt, sind ganz einfach mit dabei. Im direkten Vergleich dann nochmal die Originalfarben aus dem Witcher 3. Es gibt es auch nochmal ohne Blutflecken auf dem Ärmel. Gefällt mir auch wirklich richtig, richtig gut. Ich fand aber so die dunkle Variante zu meiner dunkelhaarigen Gefährtin irgendwie noch treffender. Die zweite Rüstung stammt, Überraschung, wieder aus dem Witcher 3. Und ehrlich gesagt sind die Rüstungen aus dem Witcher 3 wirklich so großartig, dass die sich auch als Mod in Himmelsrand richtig gut machen. Auch hier bei der Fancy Witcher Armor, wie sich das Ganze nennt, eine unglaubliche Detailverliebtheit, wenn wir uns mal so diese ganzen Ornamente und Muster auf Oberkörper und den Stiefeln anschauen. Ich habe relativ häufig gehört, dass das ja die Rüstung von Yennefer wäre, ist in der Tat aber auch die Rüstung von Triss aus dem Witcher 3, nur dass hier einfach die Farbtöne ein ganz klein bisschen dunkler gewählt sind. Schneller erkennt man vielleicht diese Rüstung, denn das ist auch nochmal eine Triss-Rüstung, aber aus dem zweiten Witcher, wenn mich nicht alles täuscht. Und diese Variante hier gibt es dann gleich in drei Farben. Ich habe mich aber jetzt hier nur fürs Let's Play erstmals für eine Farbe von diesen dreien entschieden. Ihr findet aber alle drei Farbvarianten eben auf der Seite Nexus-Mods. Ich würde schätzen, dass jetzt eine Menge Fragen kommen, hey, warum sieht deine Lydia so anders aus? Und das habe ich in der Tat im ersten Mod-Video zur Skyrim Special Edition gezeigt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zieht euch das erste Video doch auch mal rein. Feedback zu diesen Rüstungen könnt ihr gerne in den Videokommentaren dalassen. Das waren drei Rüstungen in drei Minuten. Ich hoffe, das hat euch ein ganz klein bisschen gefallen. Ich sage auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und Daumen drücken, nicht vergessen. Haut rein! Oh, 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 oh Bis zum nächsten Mal.